Herzlich Willkommen, mein Name ist Esme Coragioso und ich betreibe hier das FeelFit Gesundheitsloft. Heute freue ich mich euch ein paar Ernährungstipps mit an die Hand zu geben im Rahmen unserer Präventionswoche. Viele von euch haben sich wahrscheinlich schon intensiv mit Ernährung beschäftigt und fragen sich, was gibt es jetzt von mir noch Neues. Ich möchte euch so ein bisschen berichten von den Erfahrungen, die wir hier im Gesundheitsstudio jeden Tag mit ganz unterschiedlichen Menschen machen und da ist auch schon mein erster Tipp. Ich finde es immer ganz wichtig, schau du doch nach dir. Schau nicht nach rechts, schau nicht nach links, schau auf dich, schau in dich hinein und überlege, welche Ernährung passt denn zu dir. Es gibt ja viele verschiedene Ernährungsmöglichkeiten, ob das das Intervallfasten ist, ob du sagst, ich möchte mich vegan ernähren, ich möchte mich vegetarisch ernähren. Viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Menschen, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also überlege immer die Tipps, die du von mir bekommst oder auch von anderen Ernährungsberatern, Ernährungswissenschaftlern aus dem Internet, aus Zeitschriften oder wo auch immer her, überlege immer, passt es zu mir. Und viele Dinge muss man einfach ausprobieren, um dann zu merken, Mensch, das ist ideal, das tut meinem Körper gut, damit fühle ich mich wohl und manche Dinge stelle ich fest, das ist jetzt nicht das Richtige für mich. Also höre immer in dich hinein bei allem, was du zum Thema Ernährung oder vielleicht auch zu anderen Themen tust und überlege, ist das für dich das Passende. Das finde ich so schon mal mit den entscheidendsten Tipp, weil diese Ernährung, die soll dich ja möglichst ein Leben lang begleiten. Also du musst was finden, wo du sagst, das tut mir jeden Tag gut, damit fühle ich mich jeden Tag wohl, damit schaffe ich es auch vielleicht, Erkrankungen oder Lebensmittelunverträglichkeiten gut im Griff zu halten und die geben mir Energie. Ich bin damit nicht müde, sondern ich fühle mich fit in meinem Körper. Also das sind wichtige Themen, die dich immer umtreiben sollten, eher danach zu gucken, als dem neuesten Hype hinterher zu laufen. Ich will auch damit nochmal sagen, die meisten Ernährungsmöglichkeiten sind weder gut noch schlecht. Also natürlich gibt es da auch immer Möglichkeiten, wo man sagt, das mach bitte nicht. Aber das Wichtigste ist, es muss zu dir passen. Das wirst du heute noch ganz oft von mir hören. Lebensmittelunverträglichkeiten gehören sowieso immer nochmal in der Hand von einem Ernährungsmediziner. Und auch da ist es ja so, also ich selbst habe eine Histaminunverträglichkeit. Jetzt gibt es zum Beispiel die Tomate, die total histaminhaltig ist. Ich vertrage aber Tomaten total gut. Also auch bei Lebensmittelnunverträglichkeiten, wenn man sich die Listen anschaut oder mit seinen Ärzten spricht, ist es immer wichtig, nochmal selbst zu gucken, okay, vertrage ich dieses Produkt oder tut mir das einfach nicht gut. Dann kommen wir zu dem Thema, wie möchte ich denn essen? Wann möchte ich denn essen? Also ich habe ja gerade schon mal gesagt, Intervallfasten ist so eine Möglichkeit. Acht Stunden lang Nahrungsmittel zu mir nehmen, 16 Stunden keine Nahrungsmittel zu mir nehmen. Für mich zum Beispiel, ich habe gemerkt, für mich ist das nichts. Ich brauche über den Tag verteilt lieber kleine Portionen und muss damit gucken, dass mein Blutzuckerspiegel so auf einem Level bleibt. Wenn ich zu viel esse, bin ich unheimlich müde. Wenn ich zu wenig esse, dann komme ich in den Unterzucker. Dann werde ich ganz nervös und suche mir das Nächste, was ich irgendwie in mich reinstopfen kann. Das tut mir dann nicht gut. Von daher schaue immer drauf, brauche ich eher viele Mahlzeiten? Brauche ich wenige Mahlzeiten? Wie verteile ich die? Muss ich regelmäßig essen oder tut es meinem Körper eher gut, wenn er da lange Pausen zwischendrin hat? Hör wieder in dein Bauchgefühl rein und guck, was passt für dich am besten. Was ich auch nochmal sagen möchte mit dem, was ich euch heute an die Hand gebe, ist, macht bitte nicht unbedingt Diäten. Diäten führen meistens dazu, dass wir einen No-Yo-Effekt bekommen. Dass ich sage, okay, vier Wochen lang ziehe ich das Ganze durch, aber meistens sind diese Diätformen sehr kalorienreduziert und nach vier Wochen merke ich, ich falle in mein altes Muster wieder zurück und fange wieder an zu schlemmen oder falle wieder in alte, nicht so gute Gewohnheiten, die meinem Körper nicht gut tun. Und dann habe ich vielleicht drei Kilo abgenommen, aber habe dann nachher wieder fünf Kilo drauf. Ich versuche meinen Kunden hier im Feelfit immer dazu zu animieren, zu sagen, wie kann ich mich ernähren, was kann ich zu mir nehmen, damit ich das ein Leben lang möglichst tun kann, damit ich mich jeden Tag wieder gut fühle, ausgewogen und fit. Also such nach den Themen, die du wirklich in dein Leben integrieren kannst, in deine Lebensgewohnheiten, die zu deinen Lebensumständen passen, die vielleicht auch deinen Kindern schlägen oder deinem Ehemann oder deiner Ehefrau. Also guckt einfach, welche Bedürfnisse habt ihr. Seid ihr vielleicht Schichtarbeiter und müsst da euren Rhythmus immer wieder anpassen? Genau, viele verschiedene Möglichkeiten. Dann, wenn du isst, überlege immer, wie viel du isst. Wie viel brauche ich denn bei so einer Mahlzeit? Ich habe ja eben schon erzählt, ich brauche eher öfters am Tag kleinere Mahlzeiten. Vielleicht sagst du, zwei Mahlzeiten am Tag, da muss ich richtig reinhauen. Dann geht es mir wunderbar. Wann bist du gesättigt? Wann brauchst du vielleicht zwischendurch nochmal eine kleine Handvoll Nüsse, die dir wieder Energie gibt? Und damit sind wir auch schon bei dem Thema, brauchst du einen Plan? Musst du dir vielleicht überlegen, am Anfang der Woche oder am Ende der Woche, was gibt es die nächste Woche zu essen? Was muss ich dafür einkaufen? Wie plane ich das ein? Kann ich das für mich alleine tun, wenn ich alleine lebe? Oder möchte ich meine Familienangehörigen mit da ins Boot holen? Also bei mir in meiner Familie, wir haben festgestellt, für uns ist es am entspanntesten, wenn wir uns donnerstags oder freitags zusammensetzen und überlegen, was wollen wir in der nächsten Woche essen und auch gleich besprechen, wer kocht denn da? Mein Mann oder ich oder auch mein Kind? Wer ist denn am Montag, Dienstag, Mittwoch verantwortlich für das Thema Essen? Und am Wochenende gibt es meistens irgendwas Besonderes. Damit kann ich auch gleichzeitig meinen Einkaufszettel besser planen. Ich kaufe vielleicht weniger ein. Also wir haben festgestellt, wir kaufen dadurch nicht mehr so viel ein und schmeißen auch nicht mehr so viel weg. Und es gibt mir trotzdem die Flexibilität, wenn ich am Dienstag geplant habe, mir eine schöne Hühnchenbrust in die Pfanne zu schmeißen und dazu einen Salat und am Mittwoch gesagt habe, ich habe ein schönes Ampett zum Abendessen und am Dienstag habe ich dazu keine Lust, kann ich auch einfach natürlich die Sachen umdrehen, weil in der Regel habe ich sie ja zu Hause und habe für eine Woche eingekauft. Auch frische Produkte halten sich in der Regel eine Woche lang und können somit gut verbraucht werden. Oder es gibt ein paar Sachen, die hole ich dann einfach mal frisch zwischendurch hier auf dem Markt in Mainz. Da kriegt man ja wundervolle, leckere Lebensmittel. Also auch da überlege wieder, was ist für dich das Passende? Brauche ich einen Plan? Muss ich mich kontrollieren? Muss ich vielleicht auch in einem Tracker? Es gibt schöne kostenfreie Apps, wie zum Beispiel von FDDB oder MyFitnessPoll sind so kostenfreie Apps, in die ich wunderbar eingeben kann. Was habe ich denn jetzt gegessen? Und wenn ich sage, hey, ich möchte mich da ein bisschen im Vorfeld kontrollieren, weil ich möchte ein paar Kilo abnehmen, dann kann ich mir auch vorher mal ausrechnen lassen, okay, was ist denn mein Grundumsatz? Was ist mein Leistungsumsatz? Was brauche ich? Was habe ich für einen Tagesbedarf? Und kann dementsprechend auch schon vor der Mahlzeit gewisse Dinge abwiegen und mir nur das auf dem Teller packen, was ich mir über die App vielleicht jetzt auch genehmigen möchte. Und kann darüber schon vermeiden, dass ich nicht jeden Tag mehr zu mir nehme, als dass ich verbrenne? Beobachte dich auch da wieder. Stresst es dich, wenn du das alles noch in der App eingeben musst? Oder sagst du, nee, ich habe darüber festgestellt, wo sind denn so meine Fallen? Wo habe ich denn vielleicht zu viel versteckten Zucker in einem Lebensmittel und kann darüber mir auch mal Lebensmittel anschauen? Und das Schöne ist mit diesen Apps, da gibt es QR-Codes, da kann ich Sachen abscannen, da kriege ich direkt die Inhaltsangaben davon und habe auch die Wahlmöglichkeit, da einzugeben, möchte ich 100 Gramm davon ein kramen oder ist das eine Scheibe, was ich da eingeben möchte? Also da gibt es wahnsinnig gute Möglichkeiten, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber dann kann das eine echte Unterstützung sein. Ich habe gerade schon das Thema Kalorienüberschuss angesprochen. Also es ist auch vollkommen klar, wenn ich jeden Tag zu viel zu mir nehme und zu wenig verbrenne, dann ist es logisch, dass ich mein Gewicht vielleicht nicht halten kann, sondern mein Gewicht nach oben geht oder auch nicht nach unten geht, weil ich mir gewünscht habe, ich möchte mal zwei, drei Kilo abnehmen. Da kann die App helfen, da kann aber auch das Thema Bewegung helfen. Also integriere möglichst auch zwei bis drei Mal in der Woche das Thema Bewegung. Denn wenn du dich zu wenig bewegst, dann kann es auch sein, dass dein Stoffwechsel zu langsam wird und mit der Bewegung, mit verschiedenen Sportarten, die möglichst dir auch wieder Spaß machen, aktivierst du deinen Stoffwechsel, kurbelst die Fettverbrennung an und fühlst dich darüber wieder gestärkt. Viele sagen auch, Mensch, wenn ich dann Sport gemacht habe, habe ich auch erstmal keinen Hunger. Ich habe auch genug Flüssigkeit zu mir genommen und das tut mir einfach gut. Genau, also überleg immer oder lass dir vielleicht von einem Profi von uns einmal ausrechnen, wie viel Leistungsumsatz, wie viel Grundumsatz hast du denn am Tag und wie viel Kalorien musst du denn tatsächlich zu dir nehmen. Da ist man sehr, sehr schnell, vor allem mit ich gönne mir mal was, ziemlich weit über dem, was der Körper eigentlich am Tag benötigt. Dann haben wir das Thema Stress. Stress sorgt immer dafür, dass dein Stoffwechsel sich verlangsamt. Überlege auch immer, wenn du sagst, ich möchte jetzt ein wenig abnehmen, fühlst du dich dafür bereit oder stresst es dich noch mehr? Dann ist es ja nicht unterstützend für deinen Körper. Dann fang vielleicht erstmal an, dich regelmäßig zu bewegen oder einen Stresskurs, Anti-Stresskurs zu besuchen, wie zum Beispiel progressive Muskelrelaxation oder so was wie Yoga. Und ja, bring erstmal deinen Körper wieder in Gleichgewicht, bevor du dich im nächsten Step mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt und dafür auch wirklich entstresst bist und dich entspannt fühlst. Wenn du deinen Darm nochmal anschauen möchtest, für den Darm ist es ganz wichtig, viele Ballaststoffe zu bekommen und so wenig wie möglich Zucker. Zucker ist ein großes Thema bei uns hier im Studio. Schau doch immer mal in deine Lebensmittel rein, wo steckt denn überall Zucker drin und wo steckt da vor allem versteckt in deinen Produkten drin. Also jegliche Produkte, die du zu dir nimmst, in der App kann man es immer direkt sehen, auf vielen Lebensmitteln steht es ja auch drauf. Kohlenhydrate, davon Zucker, wie viel Zucker steckt denn da drin? Zucker ist immer schnelle Energie, die schnell verfügbar ist, aber auch schnell wieder weg ist. Habt ihr vielleicht alle schon mal gemerkt, wenn ihr irgendwie so ein Eis zu euch nehmt oder Süßigkeiten, dass ihr euch in den ersten Minuten super gut fühlt, energiegeladen und eine Viertelstunde später merkt, jetzt bin ich aber müde oder erschlagen. Und dieser Zucker tut dem Darm einfach nicht gut und wenn wir nochmal auf die Kalorien zurückkommen, macht es eine hohe Kaloriendichte, also viel Energie und damit komme ich sehr, sehr schnell über meinen Kalorienbedarf, den ich eigentlich so am Tag brauche. Also achtet einfach nochmal auf den Zucker, auch zum Thema Darm, dass der euren Darm da nicht beschädigt. Alternativen gibt es zum Beispiel, wenn wir über Kohlenhydrate mit viel Zucker sprechen, was wir alle gerne essen, ist so eine schöne Pasta, schöne Nudeln und da gibt es auch Alternativen. Also überlegt euch immer mal, wenn ihr solche Produkte habt, die ihr sehr gern esst, zum Beispiel Nudeln wie ich, welche Alternativen gibt es? Gucke ich mal, gibt es Nudeln aus Kichererbsen, aus Maismehl oder aus verschiedenen Bohnen? Probiert euch da durch. Meine Sache ist es mit den Kichererbsen nicht oder mit den roten Linsen nicht. Kichererbsen, Nudeln sind lecker. Ich mag am liebsten die Maismehlnudeln. Die schmecken sehr ähnlich den handelsüblichen Nudeln, sind aber anders aufgebaut. Vertrag ich viel, viel besser, bin ich eben anschließend nicht müde, sondern energiegeladen. Also auch da, wenn ihr so Produkte habt, die ihr gerne esst, überlegt doch erstmal selbst, gibt es dafür Alternativen oder geht mal ins Internet und gebt das Produkt ein und ja, gebt einfach eine Alternative zu Nudeln und probiert euch da aus. Schöne Alternative auch für Nudeln ist zum Beispiel Karottennudeln selbst zu machen. Schönen Spargelschäler, Karotten in die Länge schneiden und die schön andünsten. Schmeckt super lecker, auch mit einer leckeren Soße dazu. Es gibt viele Möglichkeiten, man muss sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen und einfach Lust haben dazu, mal im Internet nachzuschauen. Da haben wir ja alle Möglichkeiten heutzutage oder kommt hierher, sprecht mit den Trainern. Unsere Trainer haben auch immer tolle Rezepte auf Lager und tolle Ideen, wie man sich gesund und bewusst ernähren kann. Es ist eben nicht entscheidend, wie viel Kilo habe ich denn auf der Waage, sondern wie fühlt sich mein Körper an. Da kann ich auch in Anführungszeichen zwei, drei Kilo zu viel auf der Waage haben. Vielleicht sind das ja auch Muskeln und gar kein Fett, was ich mit mir rumtrage. Viele verschiedene Themen. Am Ende zählt immer, du musst dich in deinem Körper wohlfühlen. Kein anderer Mensch um dich herum trägt deinen Körper, sondern nur du. Und deshalb ist es auch so wichtig, schau auf dich, guck, was tut dir gut, und wenn du Dinge ausprobierst und feststellst, immer wenn ich das ein oder andere esse, Salat zum Beispiel, das haben mir alle gesagt, soll ich abends essen, und du merkst, das liegt mir aber abends im Magen. Dann, wenn er dir schmeckt, esse ihn doch vielleicht mittags. Dann trägst du ihn vielleicht einfach besser. Also schau auf dich, schau auf deinen Körper, was dir gut tut, und ja, entwickle Freude an gesunder Ernährung. Und damit kannst du auch dein Wohlfühlgewicht für dich gut halten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dich bald hier im Studio begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss! Tschüss! Glockenzeichen 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 Eingang